Wo nehm ich das denn an? Weiß ich nicht. Deswegen verschicke ich die Anfragen immer. Jetzt ist was am Fluch. Nein, ich sag jetzt mal, dass ich jetzt nicht so gut bin, aber ich glaub schon. Also ich weiß nicht, ich müsste es sagen. Gehen wir zu Flush Factory oder Greasy Groove? Greasy Groove! Wo ist denn das? Da drüben. Unten. 7C. Weiß ich schon was machen. Ich hab halt das Gefühl, dass da wieder massig Leute hinwollen. Egal. Ich schwitze, passt. Schauen wir, ob es los wird. Witzen, witzen. Juhu! Oh! Wir sind am Arsch. Ne, die springen alle dahinter rechts runter. Wenn wir ganz durch geradeaus hingehen zum Greasy Groove gehts. Welches Haus? Oh, ich geh jetzt gleich mal da unten ins Erste. Da kann er hingehen. Die sind jetzt auch nicht froh da gingen. Eins, zwei, drei. Drei gehen und glaub ich hin, was ich sehe. Wenn jetzt der mein Haus wegnimmt. Vielleicht. Oh, da sind nochmal zwei um. Also bei mir ist keiner gelandet in der Nähe. Oh, legt mir mal eine Chance um die Land. Und schon wieder am abknallen, Alter. Und ich schwitze noch. Oh, Gott, 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 Gott. Wie kriegst du's zurück bei mir noch? Wo ist der? Revolver. Marvin, du zerstörst gerade ein Haus, oder? Jaja. Okay, dann bist du das bei mir. Ja. Marvin, du zerstörst immer die Häuser, das Kiron zu nehmen. Oh, super, gut, gut. Kann ich jetzt einen Buschbaum mich verstecken, oder was? Vergleich es. Oh, weh, oh weh. Ja, aber wenigstens bin ich schon wieder fast voll. Oh, ich werd abgeschossen. Wie bist du, Marvin? Ich glaube immer noch da bei dir. Hinter dir, ja, hinter dir, ja. Ach, Mann. Hinter dir, zwei. Alter, wir hatten da eine Raketenwerfung, Granaten, oder sowas. Ich bin tot. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh nein, vor dir. Ja, da irgendwo ist. Ey, du hast den euch ein bissl mit... Äh, halt nicht. Nein, echt. Was war denn das vom Bombardement? Basuka, oder was? Ja, glaub schon. Ja, glaub schon. Seid ihr das neu überfordert, oder? Habt ihr euch schon öfter spielt? Das ist der zweite Tag, an dem wir mal spielen. Ich bin schon bei Season 1 dabei gewesen. Welche Season haben wir jetzt? Ah, ja. Ah. Das sind immer 60 Tage, also ich spiel's schon fast da. Oh nein. Das ist ja frei übers Kost. Ganz gerne. Ha, ihr versteckt da rum, Kloon. Ich rufe dir mal in den rumkampen. Ja, versteckt da rum, Kloon. Nein, versteckt. Nein,campen, Neck,campen. Nächster, ober dir. Ja. Ja. Ich dachte, ich hab den auch laufen gehört. Der kann nur hinter dir. Ja, der ist über dir, oder? Ja, der ist über dir. Ja. Nein. Junge. Ja. Das ging wieder fix. Das ging wieder schnell. So ein Schütze, aber wirklich Junge. Junge. Ich hab mein Junge. Österreich. Österreich oder Schweiz? Österreich. Bestes Land, weißt du? Nee. Nääääh. Ja, wie tanzt man eigentlich? Äh, man drückt auf sie und dann steht der March. Warte mal kurz. Was? F7? Auf sie drückt man? Also auf sie selbst. Ich mein jetzt ingame. Ja, man drückt auf sich selbst. Achso. Also auf sein Skin. Und dann steht Emoj. Ja, genau. Warte mal, du Skin wechseln. Hm. Ich hab's keine Skin. Ich hab's keine Skin. Ha. 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 Steine. Ha. Warte mal, warte mal, warte mal. Nicht aufbereit drücken. Warte mal, warte mal kurz. So, warte mal. Weckamosch. Was? So, es ist 16. Mon F個 muss. Jetzt ist 16. Ein 6 Okofs! Ung Dawnscale. und dran geklatscht. Ja, und wie tanze ich jetzt hier im Spiel? Ja, cool. Ah! Ich hab schon das gar, Jungs. Wie? Ich glaube, es war entweder B oder N. N oder B, wirklich? B ist das bei mir. Los, das ist die Borde. Hansi, wir gehen jetzt einfach direkt in die Mitte von der Karte und dann dancen wir bis zum Schluss. Dancen wir im Weltuntergang. Ich denke, es geht keine Abkennung, cool. Holos, das ist die Borde, oder? Na, du kennst dich. Bläsensbach. Wohin? Bläsensbach. T3, oder was? Was ist T3? Wie meinst du? Ja, T3, ja. Ich tanze, tanze, tanze. Wohin ist das auf Aussicht? Das war jetzt nicht so gut. Du müsstest eigentlich da auszuspielen. Ich komm halt nicht mal ansatzweise bis dahin, glaub ich. Doch, ich komm auch hin. Du lehrt hast des Spamern, lehrt hast des Spamern. Oh, ich glaub, ich stütze direkt über den Wasser. Ah, du musst mal hin, das ist das Spamern. Du kommst doch nicht überrascht. Wie behindert ist denn das? Ja, das ist das Spamern. Da sind schon viele, da sind schon einige gelandet. Ja. Jungs, die rasieren mal, oder? Das sind vielleicht drei Teams, Maximum. Ich geh ab, sorry. Ich geh, ich geh in dieses einsame Haus da oben. Ich geh mitten rein. Ich bin das. Ich hab glaub auch ein leeres gefunden. Direkt meine Schachtbrühe hier. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Fuck, 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 fuck. Bei mir ist, glaub, Ruhe in meinem Häusle. Also, bei mir auch, hab ich, finde ich, lauter Waffen, das ist schön. Oh, komm ich auch bitte, ich würd's einen killen, ne? Oh, ne, da ist schon einer hier, der auf mich mit dem Schwert losgeht. Mit dem Schwert? Oh, danke. Eilerpista. Oh, 225 schon, ne, da legt man mal. Ne, hier ist leer, das Haus, das ist bisschen doof jetzt. Ich beschütze dich, der Werker. Ich muss auch meine Waffe finden. Ja, ja, ich hab ne Schottgang 8 Muni. Also, ich hab schon drei Waffen, Maui. Ja, ich bin in einem, das Haus, da war halt schon einer drin, was soll ich machen? Oh, Junge. Oh, da ist schon wieder Action. Händ, geh rein, weg. Ich hab noch 10 HP. Oh, jetzt hab ich keine mehr. Ja, 100. Ja, Hansi, ist schon wieder, das ist alles nur mit uns. Jetzt ist wieder ein Umfäng, geh. Hansi, renn wir einfach weg hier. Gehen wir jetzt in die Mitte und dance ein bisschen. Ich bin jetzt in Weltuntergang. Haha, der Mann, oh, fuck, 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 trifft mich nicht. Fuck. Oh, das ist gerade auch schon. Komm, rasiert's. Alle mal ins Staat und alle mal rasieren, komm. Oh, bam. Alle mal rasieren. Gerein. Hier, die Böre. Geh, die Böre. Oh, da kommt, oh. Ja, trausten, 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 geh. Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Geh, geh. Gertzum, was auf der nächste, da kommt einer, da kommt einer. Oder, na. Der ist weitergängig, weitergängig, geh, drauf, getracht, getracht. Na, aus, 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 aus. Geh, drauf, genau, Schiss, getracht. Nein! Nimm Waffen in den Waffen. Nimm die, äh, ja die. Nein, kein Shotgun. Nimm die einen da, die mit Schaltämpfer. Ja genau, und die, was du da hast, unterschießt jetzt jeden da mit die. Willst du schon die Farben reinfolgen, oder? Absolut keine Ahnung. Was für eine reinfolgen? Eine, eine Waffe mit Farben ist immer besser als die ohne Farben. Ja, die weiße ist die schlechteste, die grüne ist die, also, ich sag's euch jetzt. Weiß, grün, blau, lila, gold. Also, gold ist, äh, legendär, äh, lila ist episch, äh, blau ist, glaub ich, selten. Ja, und grün, weiß ich noch mal. Grün schau ich nicht. Also im Prinzip so wie bei Blizzard auch. Ich weiß gar nicht mehr, was grün ist. Hat irgendwer grüne Waffen, dass er nachschauen kann? Selten, glaub ich. Na, selten ist blau. Fack, ich weiß nicht. Im Haus, wo ich gerade drin bin, da ist, glaub auch einer. Ich camp hier nochmal ein bisschen. Ja, gib, greif zu. Geh einfach drauf, geh einfach drauf, geh einfach drauf. Siehst, wenn du stirbst, dann stirbst du halt. Es ist... Und der hat den... Hast du schon gegangen? Nicht. Nicht links! Nein, mit dem. Alien, weit. So wie. Ja, das ist ja auch so. Oh mein Gott, das ist ja so schön. Oh mein Gott, das ist echt super. Oh, was tut das? Oh Gott, das ist... Vorhören. Ach, den blickt wieder an dir oder wie? Jungs, Jungs, Jungs. Boah. Ähm. Greif einfach an. Ich bin da schon wieder drauf. Nehmt der doch jetzt stimmt. Ja, da war einer. Ja, komm, den tut das noch mit den anderen. Der kommt glaube ich ins Haus. Aber du mit der bist du im ganzen Sitz nicht. Oh, der ist leer. Da ist schon wer ausgeräumt. Und umzug. Ah, pass auf. Ich glaube der kommt auf. Mach geheime Dackel springen und trai die unten. Ne, die Schritte kommen von links. Ja, da siehst du ihn. Hast du ihn kurz sehen? Ah, fuck, Alter. Also was zu zweit. Junge, jetzt gehen wir woanders. Oh, mein Spiel hat dich aufgehängt. Hm. Wir haben hier nur zwei Beine. Ach. 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 nicht alle so schlechtes Internet. Welche Internetleitung habt ihr eigentlich? 400.000. Ja genau, tausend gibt's.